IT'S A FUCKING NIGHTMARE YOU BITCH Ja, servus meine Gamerfreunde, hier ist euer FatalP Und heute mal spielen wir, ähm, 5 vs. 5, 1 vs. alle, also... Einer für alle heißt das eigentlich, Stortl Wieder voll gefailt, super, naja gut Wir spielen Saiyan, und die Gegner haben Yasuo Einer von meinen Leuten könnt ihr nicht hören, das ist der 1-1-0-A-B-C, der ist ganz rechts Und den Flying Benny, den könnt ihr aber hören, der hat denselben Skin wie ich, perfekt Das heißt, ihr wisst dann ungefähr, ne, wer reden kann und wer nicht, wie auch immer Naja gut, dann wollen wir mal diese scheiße hier rocken, ne? Ich hab eigentlich überhaupt keinen Bock drauf sein, ne? Mal so gar nicht, überhaupt nicht Aber egal, ich schalte mal wieder so, dass ihr meine Leute verkauft Bis gleich Ich hab kurz die Ansage gemacht Hallo 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 Ich hab nur kurz die Ansage gemacht Oh Wich Ich hab nicht Oh. Hooray!!! Das ist ein bisschen knapp. Oh Mann, das ist echt ein komisches Game mit Sion, Alter. Und ich guck grad so drauf, ich seh nur so wie er dahin so rennt, so auf der Map, so NIEW, BOOM. Mega geil, Alter. Mega geil, Alter. Alter. Wir haben keine Chancen, das bock ich nicht. Wie das aussieht, wenn wir alle zuhauen auf den Tower. Alle bereit machen für Star. Wer tankt jetzt? Au ich. Wie ist das geil? Ja, ich nehme auf. Hier auf der Top lane. ich bin schneller als du alter und wie gesagt ja ich nehme auf ja wenn der zu mir kommt kann ich auch nix für auf der top lane das hat sich eh nicht ausgeblendet er kommt einfach nicht weg die kommen aber auch einfach nicht weg weil die werden so gesloten und jedes mal mit mit der q getroffen ich bin da alle drauf und da ist ja einer tot er kann keiner was machen ist weg ha f*** wo die gerade stunnen Was ist so der Tau ist am Ende? Was ist der Tau ist am Ende? So der Tau ist am Ende Ich bin wieder mit Teleport dran Ich hab eigentlich überhaupt kein Leben mehr Aber die bekommen dich trotzdem nicht Bitte Ich hab kein Mana mehr Dreimal werden die hochgeworfen Einfach nur mit der Q Wenn die voll ausgelaufen ist Can I move? No Schau wie er gleich umdreht Ja Wie sie mich haben wollen Schau wie der hinterher Erwischt leider Geht Kann er auch hier das lowen Geht weg Oh was Oh gepasst Was passt ja? Oh 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 Tauere Tauere Alter ist das krank Alter ist das krank Und Oh 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 Wir haben ja noch gar nicht Black Cleaver fertig, glaub ich, das hätte man auch wieder sagen können. Hahahaha Noll Hahahaha 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 Ey, hier ist Fater nochmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten... Ciao Danke für den Kommentar, das gefällt mir. Like mich am Arsch. Da da li da da da. Kannst mich gern mal dann liken.